Romilka, hast dich schon mit dem Thema Ordnungs auf BTC befasst? Wenn ja, was hältst du davon? Bist du NFTs gegenüber generell nicht abgeneigt? Nee, also ich bin NFTs deswegen nicht abgeneigt, weil was als buntes Bild anfängt, ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Ich bin nicht der Meinung, dass wir bunte Steine, Wizards oder sonst irgendein Kram brauchen, auch nicht auf der Bitcoin-Blockchain, aber dass man digitale Wertigkeit und Seltenheit schafft, für jedes Asset, für jede Idee, für jede Art von Datei, was auch immer, bin ich genau den richtigen Weg, eben dieses Ziel für ein Web3-Internet der Werte zu erreichen. Deswegen finde ich Ordinals bei Bitcoin interessant. Auch deswegen, weil es ein bisschen die Community spaltet. Die einen finden es geil, die anderen finden es total scheiße, denn die, die es geil finden, denken sich, hey, das hat auch mehr Nutzen, bringt mehr Nutzer, bringt wieder mehr Netzwerkwert. Man sieht es auch, der Mempool war zuletzt voll, es wurde viel benutzt, die Idee von Ordinals, aber es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die Sorge, der Bitcoin-Community berechtigt, Transaktionskosten werden höher, weil zugespampt wird mit irgendwelchen Ordinals, würde dann vielleicht sogar im schlimmsten Fall zu Zensuren führen, weil sich meiner oder wer auch immer dagegen stellen und sagen, nee, das wollen wir nicht, wir wollen die Bitcoin-Dockchain clean halten, wir wollen Bitcoin als Zahlungsnetzwerk. Aber ich sage euch eins, das Netzwerk wird sich genauso entwickeln, wie es sich entwickeln wird und soll. Das, was die Nutzer daraus machen, ist das, was am Ende aus einem Netzwerk wird. Und wenn es auf Bitcoin, NFTs und anderen Kram geben soll, dann wird das passieren. Die Frage ist, wie lange bleibt so ein Hype aufrecht? Ich bin dem Thema deswegen auch zwiegespalten gegenüber. Ich finde es sehr interessant, weil es auch die Community wieder spaltet. Das gab es zuletzt eben mit den Hardforks. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass es zum Hardfork führt, aber bringt mal wieder ein bisschen Feuer und Fantasie ins Thema Bitcoin-Netzwerk, jenseits des wichtigen Use-Case eines Zahlungssystems. Das ist das, was man mit dem Fall ist.